Dann schauen wir uns mal so ein Beispiel an. Genau, ich markiere jetzt einfach mal diesen Auftrag hier. Da sehe ich zum Beispiel, der fällt jetzt 96 Kubikmeter Beton aus. Ich sehe hier in der Listendarstellung die einzelnen Touren und den gerade markierten Datensatz habe ich hier quasi die Touren, die dazugehören, gelb hinterlegt, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgefahren werden und man kann hier an diesem rotbraun Bereich kann man die Entladung sehen und ich kann genau sehen, wenn hier die Entladung von diesem Fahrzeug fertig ist, beginnt die von dem nächsten Fahrzeug, dann dieses wieder und in dieser entsprechenden Staffel erfolgt die komplette Entladung an der Baustelle, dass diese kontinuierliche Entladung hat, dass ich keinen Stopp bei der Entladung habe. Wenn wir zum Beispiel hier ein Problem hätten, dass das stockt oder dass das zu spät kommt? Also erstmal wird es hier eine Verzögerung geben und dann würden Sie hier sofort eine Warnmeldung sehen, Achtung, ich habe hier eine Verspätung. Das heißt, wann immer ein Problem auftritt, kommt eine entsprechende Symbol und bringt mir eine Warnung. Was machen Sie dann bei so einer Warnung? Sie kontaktieren dann den Fahrer und sagen, geben dem Anweisungen oder wie geht man damit um? Das ist ganz unterschiedlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem späteren Verlauf eine Verzögerung hätte, die jetzt vielleicht erst in einer Stunde auftreten könnte, dann habe ich natürlich die Möglichkeit noch einzuplanen und kann direkt umplanen, den Fahrzeugeinsatz noch mal ändern und ja, durch dieses zusätzliche Zeitfenster ruft mir nicht der Polier von der Baustelle an und sagt, Achtung, hier die Fahrer kommen nicht, sondern ich sehe es halt rechtzeitig.